Bassgeigen feiern 20. Gala. Unter dem Titel Die zauberhafte Welt der Bassgeigen fand kürzlich ein internationaler Kontrabass-Workshop in Dessau-Mosichkau statt. Die Teilnehmer aus Dänemark, Tschechien und fünf Bundesländern der Bundesrepublik hatten die Möglichkeit, ihr Können und Wissen in verschiedenen Workshops zu festigen und auszubauen. Daneben gab es Angebote an Kontrabassen und Zubehör. Die Krönung? Am Samstag und Sonntag fanden im Rahmen des Schlossbergfestes Bernburg unterhaltsame Konzerte mit den Kontrabassen statt.